Servus, kliatsi und hallo liebe Freunde, habt ihr euch jemals gefragt, wie Firmen oder Unternehmen es schaffen, ihre Unmengen an Informationen über beispielsweise Mitarbeiter sinnvoll zu speichern? Klar, sie speichern die Infos in Tabellen und Datenbanken. Dies geschieht meist aber nicht über Excel oder whatever, sondern über die Datenbanksprache SQL. SQL bedeutet Structured Query Language und wird momentan von fast allen Datenbanksystemen unterstützt und auch verwendet. SQL ist also eine Datenbanksprache, die strukturierte Abfragen an Datenbanksysteme erlaubt. Was das genau heißt, schauen wir uns jetzt an. Seems quite legit, wa? SQL, verstehste? Seems quite… ok, egal, weiter. Wir wissen ja jetzt schon, dass SQL eine Datenbanksprache ist, aber was bedeutet das genau? SQL ist auf der relationalen Algebra aufgebaut und wird wie gesagt von vielen Unternehmen und Programmierern genutzt. Was die Relationale Algebra jetzt genau ist, brauchen wir erstmal nicht wissen. Das schauen wir uns auch noch in nem anderen Video an. Die Vorteile von SQL sind beispielsweise, dass sich relativ einfach aufgebaut und an die englische Sprache angelehnt ist. Somit kann man sich schnell lernen und auch effizient einsetzen. Ein weiterer Vorteil von SQL ist außerdem, dass es Case-Insensitiv ist. Heißt also, dass es egal ist, ob wir Großbuchstaben oder kleine Buchstaben benutzen. Das ist ja schon mal ne geile Sache. Doch was kann man damit jetzt genau anstellen und warum wollen wir, dass ihr sie beherrscht? Mit SQL kann man grob gesagt 3 Sachen machen. 1. Datenbanktabellen erzeugen. Wir brauchen ja irgendein Grundgerüst aus Tabellen und Zeilen, wo wir die Infos reinschreiben können. Ein Grundgerüst für die gespeicherten Infos zu einem Film sehen wir beispielsweise hier. Wir haben jetzt nur die Spalten des Grundgerüsts. Da steht jetzt zum Beispiel der Name, die Kosten, das Genre und so weiter drin. Diese Spalten werden auch als Attribute bezeichnet. 2. Als zweites kann man mit SQL diese Datenbanken bearbeiten. Der Tabelle wollen wir natürlich auch Informationen übergeben, wäre sonst ja ziemlich sinnlos. In unsere Tabelle Film wollen wir natürlich auch bestimmte Informationen über Filme hinzufügen. Wir könnten jetzt mit SQL zum Beispiel den Film Iron Man in die Tabelle einfügen. Geiler Film. Dazu tragen wir in jeder Spalte nen bestimmten Wert ein. Diese Informationen werden auch als Attributwerte bezeichnet und die neue Zeile enthält somit alle Informationen zu Iron Man. Die ganze Zeile wird jetzt wiederum auch als Tupel bezeichnet. Das heißt also, dass eine Tabelle aus mehreren Tupeln bestehen kann. So, natürlich wollen wir unsere Datenbank auch später noch bearbeiten. Wenn wir beispielsweise die Kosten falsch eingetragen haben und das nun verändern wollen . Im Beispiel ändern wir einfach die Kosten von 140 Millionen auf 145 Millionen. Wenn Iron Man nicht mehr in der Datenbank gebraucht wird, weil wir jetzt Hulk oder sonst wen haben, können wir Iron Man natürlich auch aus der Tabelle löschen. Als letzte Eigenschaft können wir mit SQL Abfragen an unsere Datenbank stellen. Was genau bedeuten die Abfragen? Wir haben jetzt beispielsweise Iron Man und Fifty Shades of Grey in der Datenbank stehen. Wir haben jetzt den Auftrag alle Filme des Genres Erotik auszugeben. Also wollen wir mit SQL eine Anfrage an die Datenbank stellen. Als Ausgabe wollen wir alle Filme, die dem Genre Erotik zugeordnet sind. Diese Ausgabe wird in Tabellenform wiedergegeben. In unserem Beispiel kriegen wir also als Ausgabe nur Fifty Shades of Grey. Natürlich könnten wir Fifty Shades of Grey auch dem Genre Horror zuordnen, aber das nur nebenbei. Zusammenfassend können wir uns also merken, dass SQL zur Erstellung, Bearbeitung und zur Abfragenstellung benötigt wird. Schauen wir uns doch nochmal an, nem anderen Beispiel an, was wir mit SQL genau machen können. Nehmen wir mal an, wir sind ein Firmenchef und wollen alle unsere Mitarbeiter in einer Datenbank speichern. Der erste Schritt ist also mit SQL eine Tabelle zu erstellen, in der wir alle Informationen über unsere Mitarbeiter speichern können. Dies könnte in etwa so aussehen. Wir definieren eine Spalte für den Vornamen, den Nachnamen und die Abteilung des Mitarbeiters. Ganz easy oder? Als nächstes möchten wir mit SQL Mitarbeiter in diese Tabelle einfügen. Machen wir es einfach und fügen erstmal nur 3 Mitarbeiter mit den jeweiligen Infos ein. Den Hans, den Jochen und die Ursula. Ha, blutgelaufen, jetzt hab ich für den Jochen echt die falsche Abteilung eingetragen, aber dank SQL können wir das ja ganz einfach ändern. Und zack steht die richtige Abteilung drin. So, falls jetzt Ursula nen neuen Job hat und wir wollen sie aus der Datenbank löschen, wie geht das jetzt? Klaro, mit SQL natürlich. Ganz praktisch. Ein weiterer Aspekt war ja das Stellen von Abfragen. Wir wollen jetzt alle Mitarbeiter mit Nachnamen Schreiner ausgeben. Dazu stellen wir durch SQL eine Anfrage an die Datenbank und lassen uns das Ergebnis ausgeben. In unserem Beispiel sieht das Ergebnis dann so aus. Da nur der Hans mit Nachnamen Schreiner heißt, wird uns nur der Hans Schreiner angezeigt. Say what? Ok. So, was sollen wir jetzt alles über SQL wissen? SQL ist eine Datenbanksprache, die von vielen Datenbanken unterstützt wird und auf der relationalen Algebra aufbaut. Der größte Vorteil von SQL ist, dass sie eine einfache Struktur hat, an die englische Sprache angelehnt und case insensitiv ist. Durch SQL können wir Datenbanktabellen erstellen, diese Tabellen bearbeiten und abfragen an diese Stellen. Wie genau wir SQL jetzt nutzen und wie SQL aufgebaut ist, sehen wir uns in den nächsten Videos an. Also Leute, dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich!